und eh zack äh zack. Lass uns noch anzünden Papp 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 Wow, wir sind... Ah ja Hindi, hallo Leute und willkommen zu der neuen.. Ich hasse diesen Scheißen. Müssten wir das jedesmal aufnehmen? Du hast übrigens bei der Biberhiernfolge am ende gesagt Oh, ich hasse dieses Ich habe überlegt, ob ich das noch drin lasse Aber dann habe ich gedacht, nee, nimmst du es raus Das wäre gemein Ohne Scheiß, können wir nicht einfach anfangen Aufzunehmen, wenn diese Schutzzeit Vorbei ist, ohne Kacke Ja, nimm doch jetzt auf, komm Ja, ich tue die ganze Zeit auf Jetzt, los Nein, ich nimm es einfach vorher mit rein Ich hasse diese Schutzzeit Lass uns nach oben gehen, Marcel Oh, und dieser Chatsbam, ey Geht es noch behinderter? Oh mein Gott, eine Spinne Nein, ach du Scheiße, wir werden sterben Okay, Leute, unser Plan für heute Sugarcans finden und Äpfel Und dann ab in den Nähter Lass uns nach oben gehen, wo ging es nach oben? Hier irgendwo, ne? Wir hatten uns ja so einen Street-Premiengang Nach unten gegraben Es tut mir leid Aber hier waren wir definitiv nicht Ich sollte fairerweise Die Waypoints ausmachen Hast du schon Strike bekommen? Ich habe übrigens Strike bekommen, weil ich das Projekt hier Shogi nenne Obwohl es nicht in den Regeln steht Viele von euch fragen sich auch bestimmt, warum ich das Regelwerk nicht verlinkt habe Aber alle anderen Teilnehmer sonst schon Ähm, mein Kommentar dazu Alter, hör auf, ständig vor mich zu laufen, wenn ich abbauen will Mein Kommentar dazu ist ganz einfach Schaut euch das Regelwerk mal an Ich will nicht, dass irgendeiner denkt, dass ich das geschrieben habe Weil ich habe das nicht geschrieben Danke Bist du dir da sicher? Ich bin dir ganz sicher Es kann natürlich sein, dass es jetzt Sie wollen das jetzt endlich mal bearbeiten Dass das nicht mehr so wie so ein Spastendeutsch Ich habe sagen wir mal so eine Ansage in der Gruppe gemacht Ja, okay, sehr schön Hast du es gelesen? Ja, hatte ich Weil ohne Scheiß dieses Deutsch Also ich kann ja mal hier unter Ich schreibe einfach mal in die erste Zeit der Videobeschreibung Weil ich mal so eine Kopie Das kann man bei Google Drive von Mama ja machen So eine Kopie von diesem Regelwerk Wie das, das ist definitiv hier nicht unser Gang Wir sollten, ja, nee Doch, ist es Oder? Nee, ist es nicht Das ist nicht unser Gang Nee, nee, das ist ein anderer Weil wir hatten ausgeleuchtet, bin ich mir sicher Ja, stimmt Also nicht solche Spastende, die Zuschauer leiden lassen Wenn man im Dunkeln ist, ist das nämlich scheiße Und da beschweren sich immer alle Ich habe keine Fackeln Ja Und Wow Das ist ja so Geil, guck dir, guck dir das mal an hier Oh nice, direkt Sumpfgebiet Yeah Hier wollten wir doch hin Schauen wir mal, ob hier irgendwo Sugar Canes sind Also ich habe nur noch vier Steaks, mein Freund, ne? Ja, ich habe sieben, aber ich habe auch noch ein bisschen anderes Essen Da drüben, guck mal, guck mal, guck mal da drüben Warum bist du eigentlich verhungert? Warum bist du eigentlich am verhungern? Weil ich das Rottenflasch gegessen habe Guck mal bitte da hinten drüben Das ist es doch nicht Das bringt dir weniger, als es dir hilft Siehst du diesen gigantischen Slime-Bock da hinten im Wasser? Ja, ich dachte jetzt, du siehst Sugar Canes, weil die brauchen wir jetzt Ja, warte, ich such schon Ja, dann komm, lass uns hier so am Sumpf entlang gehen Okay, gut Gehen wir mal in diese Richtung hier Nehmen wir einfach mal Hast du braune Pilze oder so? Ähm, ja, sechs Stück Dann sammle du die braunen Pilze und ich sammle dann rote, wenn wir welche sehen Nehmen wir einfach mal ein paar mit, weil für Sollten wir echt irgendwann gar kein Essen mehr haben, kann das extrem nützlich sein Jo, hier ist noch, also Pilzsuppen hab ich, ach ja, stimmt, Pilzsuppen hab ich auch noch drei Ja, gut, ich hab auch noch ein paar Pilzsuppen mehr, stimmt Die könnte ich eigentlich dann demnächst mal essen, damit in meinem Metall mein Platz ist Ähm, weißt du zufällig, ob diese Sumpf-Oak-Wood-Trees auch schon Äpfel droppen? Ne, aber das könnte man ja theoretisch ausprobieren, oder? Okay, dann komm jetzt, ja, komm jetzt einfach mit, wir suchen uns erstmal die Sugar Canes Das ist halt jetzt erstmal ganz wichtig Und wir sollten auch gucken, dass wir schnell wie wirklich ein Neta gehen War nicht hier eben noch einer, der hieß, äh, Gamer XY drauf? Ne, er wurde gekickt Der wurde gekickt, ach so Während wir draufgejoint sind, wurde der gekickt Achso, ich dachte, der hatte seine Abklingzeitung Ne, ne, hm Okay So, so, so Ich bin ja fast dafür, dass wir uns hier ein Boot machen, oder? Was meinst du? Ich hab noch zwei, also, ich hab hier noch zwei Wie heißt das? Das ist eine Kuh im Wasser Okay Lol Dann hol sie dir, Tiger Roar, du geile Da hinten sind auch Kühe, kommen wir genau noch Ohne Scheiß, der Regen kotzt mich so an Und ich muss mich ausstellen Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben Nein Nein, du wirst jetzt Striking, da hinten ist ein roter Pilz Da hinten ist ein roter Pilz So, machen wir das Wetter Der Wetter Alter, das ist so ein großer roter Pilz, ne? Ja, okay Aber ich hoffe, wir finden hier noch irgendwo Sugarcans Das wäre ganz cool Ich mach mal das Wetter auf 20% Und Leder Ja, okay, Leder habe ich, glaube ich, genug Oh ja, nice Hier sind viele Kühe Hier sind richtig viele Kühe Geiler Scheiß Warte, ich muss sie, ich kann die gar nicht aufsammeln Ne, töte sie einfach Ich sammle das Fleisch auch Ja, ich hätte auch gerne ein bisschen Fleisch Weil es sie verreckt oder so Ja, so, jetzt machen wir das Wir sollten immer noch mit dem Wir müssen immer damit rechnen, dass einer verreckt Von daher, so Ich werfe diese Bowl jetzt einfach mal hier weg So Das hatte ich eben noch drin Die Enderperle, genau Die Enderperle So, okay Dann habe ich auch ein bisschen Fleisch Ach, du brennst das gleich Ja Ach Marcel, ich wollte jetzt eigentlich erstmal weiter in diese Richtung Da nach hinten Damit wir so schnell die möglichen Sugar Canes bekommen Da sind, ich habe doch schon Sugar Canes Alles gut Hä, wie du hast schon Sugar Canes Da hinten, da hinten sind zwei riesengroße Türme an Sugar Canes Ah Egal, dann hole ich die gerade mal Ja, ja, hole die mal Dann kannst du die Kuh da hinten auch mitnehmen Ja, komm mit Da sind ganz viele Kühe Dann holen wir die Und dann Oder mach du dir schon mal eine Axt, okay Ich habe doch eine Axt Zwei Stück Dann fangst du schon mal an Bäume abzufällen Ja Dann mach das einfach mal Dann gucken wir mal, ob da Äpfel droppen Ja, okay, nice Hier sind viele Sugar Canes Sehr gut Ne, das ist ganz normales Oakwood hier Echt? Ja, ich Das Problem ist halt Ich weiß nicht Weil das sind ja schon Ich weiß nicht, ob Oakwood im Sumpfbiom diese Ähm Dinger droppt, weißt du? Naja Wir werden ja nicht dran sterben Ne, das werden wir sicherlich nicht Oh, ich weiß einfach nicht, was ich wegwerfen soll Ähm Ich würde jetzt einfach die Suppen erstmal essen So Ja, aber ich habe ja gerade gar keinen Hunger Und das wäre sonst auch die Verschwendung Wenn ich die vollen Suppen wegwerfe Achso, ja, stimmt So, wobei, ich werfe jetzt eine Suppe für diesen roten Pilz weg Dann habe ich den auch schon mal in meinem Inventar So Komm her, mein Süßer Also ich habe 14 braune Pilze Okay, Sugar Canes haben wir jetzt offiziell genug Äh, nämlich Offiziell? Und was ist inoffiziell? Ach, keine Ahnung Haben wir auch genug von So Lass uns einfach mal überall auf der Map rumrennen und alle Sugar Canes wegmachen Boah, das ist alles für ein Taktiko, drei Ähm So, also Essen haben wir jetzt glaube ich eigentlich auch wieder genug Und vor allem wenn wir dann Pilzsuppen Ich bin dafür, wenn wir farmen sind, machen wir uns einfach Pilzsuppen für Und das normale Essen nehmen wir uns einfach für den Kampf, ne? Yo, ich warte jetzt hier, dass die Bäume sich ein bisschen auflösen Okay, mach das Ähm, dann mach ich gleich schon mal den Enchanter Yo, das sieht doch Guck mal, da schaffen wir doch einiges, Alter So, warte, dann mach ich hier mal Ja, das ist jetzt halt wieder so Da ist schon ein Apfel, geil Ich hab einen, okay Yo, nice Ich hab noch, äh, ich hab sieben Gold Dann könntest du bitte eine Workbench hin platzieren Warum baust du die immer ab, ey? Hab ich doch gar nicht Ich hab nie eine Workbench hingesetzt, aber okay Achso, du hattest die Öfen zum Inventar, ja gut Okay, dann, äh Gebe ich dir jetzt gerade mal mein ganzes Gold Und den Apfel Und du machst bitte mal zwei Gold Du, wenn, ja, mach einmal einen Goldapfel für dich Den kannst du jetzt mal nehmen Und dann, äh, jo So Ähm, jetzt mach ich erstmal ein Buch Wie ging das nochmal? Alter, was? Leder, Papier, Leder Ja, warte So, Papier Leder, Papier, Leder So in drei Schichten drüber, oder wie? Ja, genau Oben müsste Leder sein Unten Leder Und dann in der Mitte Papier Achso Ist das richtig? Keine Ahnung Ich dachte, man Wenn das jetzt echt zurückgeht Dann hab ich schon verdammt Nee, das ist total falsch, du Depp, ey Das ging Das ging nämlich anders Man brauchte nämlich, glaub ich, irgendwie Ja, man braucht drei Papier Und ein Leder So ist das Entschuldigung So Ich hab mich immer gewundert, ey Das wär viel zu einfach gewesen Wenn Minecraft logisch wäre Stimmt So Okay Hast recht Ich fand dich das vergessen Ich meine, das ist eine Welt voller Blöcke Hier ist nix Hey, übrigens soll ich dich von den Den Zuschauern, soll ich dir sagen Oder Sollen wir uns Zuschauer? Ne, sollten wir Mit Amboss sollen wir die Sachen Hey, oh doch Ja, natürlich machen wir uns Amboss Aber wie kaputt ist dein Schwert? Ähm, ich hab eins Das ist halb kaputt Gib mir das mal, dann repariere ich meins Und dann nimm du dein volles So So, dann entscheide ich das grad mal auf Level 1 Wie gesagt, einfach auf Level 1, weil Ben of Anthropods am Arsch Ey Ficken Protection Ich bekomme einfach ein Ben of Anthropods Schwert Ich raste aus, ey Protection Protection Projektilprojection Das ist auch gut Weil hier sind auch viele, die Ganz gut mit bogen können Ja, ich hab nur auf dem Kopf Projektilprotection Oh, ey, was ist das für eine Scheiße? Unbreaking 1 Aber das Knockback Schwert ist eigentlich gar nicht schlecht Das nehm ich einfach mal mit Weil wenn wir ein Amboss Komm, wir machen uns auch gleich ein Amboss Ich hab auch Ich hab zwei Ich hab eine Effizienz Spitzhacke und eine Effizienz Halt den Mund Okay So, warte mal Also, wenn ich Komm, dann Willst du ein Amboss machen? So, jetzt hab ich Gut, guck mal Jetzt hab ich ein Scharpens als ein Knockback Schwert Weil Scharpens als ein Knockback ist auch nicht schlecht Guck mal hier Muss ich jetzt mal so sagen Okay Amboss, wie ging der nochmal? Du musst Eisenblöcke machen Ne, aber Man braucht nicht so viele Das ist das so Warte, ich gucke nochmal Craft Ambosser Ähm Ah ja, so ging der Genau, weil man braucht Drei Eisenblöcke oben Drei Eisenblöcke unten Ne, das ist glaube ich Bisschen falsch, oder? Das kann doch gar nicht sein Das hat bestimmt einfach nur jemand so manipuliert Ist nämlich falsch So Ne, ich glaube Man braucht drei Eisenblöcke Ne, ne Falsch Das ist alles falsch, was du da sagst Ist da gerade wieder ein Apfel gedroppt? Ne Ich suche hier die ganze Zeit ein Aber Eisen wird doch knapp Wie viel Eisen hast du noch Oder ist das alles, was du mir gesehen hast? Ich habe einen, den habe ich dir gegeben Ah, ich habe noch ein Stack Ah, ich habe noch ein Stack Ungeschmolzenes Eisen bei mir Echt? Brauchst du den zweiten Ofen dann noch? Äh, ja, den brauche ich jetzt Ja gut, dann Ups, ich bin gerade vorgegen das Mikrofon gekommen Es tut mir leid, Leute Bitte verzeih mir Dann baue jetzt bitte mal Öfen hin Damit wir jetzt alles schmelzen können Ohne Scheiß Warum baust du die immer sofort ab? Das kotzt mich so an bei dir Das glaubst du gar nicht Ne, ne, ne Also ich brauche auf jeden Fall noch mehr Eisen Ich bin Doms Ja, dann baue den anderen bitte auch noch hin Ich habe noch einen gemacht gerade Ja gut Dann kannst du das Eisen gerade mal aufteilen Weil bei mir im Moment hast gerade schon wieder alles voll Du darfst das aufteilen Dann gebe ich dem mal Wie viel Steak hast du jetzt? Hier, hast du acht Stück Ne, wie Ich frage dich, wie viel du hast? 16 Stück Gut, dann habe ich jetzt 29, danke Oh, was? Nein Ja, wenn du mir nicht antwortest Sondern mir einfach Steak gibt Das kann ich ja nichts dafür, ne Dann brauche ich jetzt vier Eisen so noch Dann kann ich den Amboss machen Also hier ist kein Apfel mehr gekommen Doch, ich habe einen Apfel Ich habe den zweiten Ja, passt Dann machen für mich noch einen Gold Apfel dann Nö Das ist mein Gold Apfel Du hast meine Steaks Ich habe deinen Gold Apfel Boah, ich gebe dir gleich ein paar Steaks Okay, chill mal Ich bin noch nicht so Und wer auch immer hier jetzt reingejoint ist Der wird gleich gebannt Wer ist reingekommen? Ähm, Jan A Warte, ich wurde hier reingemovt von irgendjemandem Sorry Nein, du bist hier reingegangen Jan A ging von Channel C ist besser Willkommen in Aufnahme 3 Ich mache davon mal einen Screenshot Und blende es in der Aufnahme ein, okay? Willst du irgendwie grüßen? Ne, danke Okay, alles klar Tschüss Ich glaube, du denkst dich jetzt nur, what the fuck Hä? Gib mir Steaks, Dominic Ja, warte, so Wie viel, warte So, dann Wie viel hast du jetzt, wenn ich dir da sieben hinwerfe? Guck mal bitte Ich habe 15 Was, 15 nur jetzt insgesamt? Ja Ja, passt Ist egal Ich sterbe davon jetzt nicht Okay Wenn du was brauchst, kann ich dir immer was geben Ich bin immer für dich da So, da habe ich jetzt ein Sharpness 1 und ein Lockback einschwert Und du kannst ja mal Wie viel Level hast du noch? Ähm, 15 Dann guck doch mal, dass du dir noch ein Sharpness 1 schwert machst Und dann Jo, ich mache Ich verzauber jetzt hier noch zwei Ah, warte Ich vollidiot Guck mal, ich habe doch das Fever Falling 4 Buch Ja Das wusste ich Oh, das goh Oh mein Gott Oh mein Gott Ich kann mir Ich kann mir Protection 1 Fever Falling 4 für nur 8 Level machen Warte, warte, warte Wie viel Level hast du noch übrig? Null Seriously? Okay, scheiß drauf Ich mache mir jetzt diese Schuhe Ich habe jetzt auch nur noch 0 Level Aber diese Schuhe sind einfach der Hammer Ich habe Protection 1 Fever Falling 4 Ohne Scheiß Damit springe ich in jede Klippe freiwillig Jetzt muss ich Okay, dann lass uns gleich Da liegt noch ein Apfel Da liegt noch ein Apfel Ja, ich sehe ihn doch Den will ich doch gerade holen So Ich habe ihn Gut, dann lass uns gleich noch rumlaufen und Tiere killen Damit ich ein bisschen auf Level komme Weil ich muss meine restliche Rüstung noch Yo, ich sammle die Sachen hier ein Dann nimm du den Amboss Ich nehme dir den Enchanter, ja? Gut, die Öfen nehme ich auch noch mit Dann müssen wir die nicht 100 Mal machen Warte, Zapthings brauche ich nicht Diese brauche ich auch noch Dann habe ich einen Diamanten Wie viele Diamanten hast du bei dir? Ähm, warte Nimm du mal das Leder Ich habe sechs Diamanten Okay, dann gebe ich dir meinen Diamanten hier noch Achso, okay Sorry Ich habe sieben jetzt, gut Ich habe zwei Eisenschwerter noch verzaubert Warte, dann gebe ich dir meinen braunen Pilz Und ich habe ja rote Pilze So Also hast du jetzt ein Sharpness 2 Schwert? Ähm, nee Ich habe Unbreaking 2 und Sharpness 1 Aber ich habe dann noch Knockback einmal Ja gut, passt trotzdem Ich habe noch fünf Ich habe deine 50 Eisen, ne? Meine 50 Eisen Eisen Ja, dann kannst du mir bitte Gib mir mal die Hälfte davon, bitte Okay Danke Achso, das ist noch ungewandt Ja gut, dann Lass uns weitergehen Und jetzt ist ja eh nacht Dann sollten eigentlich Mobs spawnen Komm, wir gehen mal Mobs farm Weil ich brauche echt ein paar Level Und dann geben wir den Neter Würde ich sagen Dann geht aber auch eher so Das wird wahrscheinlich erst nächste Folge Ja, die Folge müsste gleich vorbei sein Ja, unsere Rüstung geht zwar kaputt Aber ohne Scheiß Wie willst du sonst an Level kommen? Wobei wir können das Eisen brennen Kohle farm Kohle farm, Eisen brennen Jetzt Kohle farm Ich lasse mich einfach von den Mobs nicht hitten Fertig Ich brauche ja nur Ich brauche ja nur drei Level Von Skeletten Hör mir zu Ich brauche nur drei Level, okay? Ich will einfach meine Rüstung entschaden So Oder wir gehen in den Neter Und machen das mit Neter-Quarz Weil ich habe gelernt Dass das voll viele Level bringt Da habe ich voll viele aufgeregt Ja, wenn du immer so vor mich rennst Dann schlage ich dich halt Ja, klau mir doch die Level Ey, ich bin derjenige, der die Level braucht Ohne Scheiß Du bist so Inkompetent Okay, wo sollen wir denn Das Neter-Portal aufbauen? Ich würde sagen Hier einfach Lass einfach hier Am Boden was ausgraben? Sollen wir das nicht irgendwie Ja, ne? Ich würde das nicht offen machen Ja, eben Aber wir sollten das an einer markanten Position machen Sonst finden wir das Da oben bei dem Berg Wollen wir jetzt einfach oben auf den Berg gehen Und dann rein gehen? Wobei ohne Scheiß Das bringt eh nichts Weil wahrscheinlich sowieso 99% aller Teilnehmer Gerade unsere Folgen gucken, ne? Von daher können wir das eigentlich auch offen Aber ohne Scheiß Ich platziere das jetzt einfach hier hin Du hast doch die Dia-Spitzhacke, ne? Jo Die hast du Dann bauen wir das einfach am Ende wieder ab, oder? Was meinst du? Können wir machen Machen wir das einfach heute Jetzt kommt scheinbar eh keiner auf und soll Weil die alle Schissfronts haben oder so Soll ich die abbauen in den Ecken oder hast du genug? Hä? Ach, das war falsch Ja, dann bau den einen ab Okay, wir werden gleich gekickt Dann machen wir das gleich Nächste Folge Ich würde aber Nein, du musst jetzt einen da drauf bauen Sonst hast du ein Problem Sonst können wir Genau Jetzt kann ich den da unten abnehmen Ich hätte auch Ich hätte jetzt da Cobblestone hingemacht und so, ne? Jo, ich bau das jetzt erstmal ab Ja gut, dann bau das halt jetzt ab Dann bau ich den einfach mal weiter Entschuldigung hier wieder rauf, also, ne? Oh, mein Magenknot Oh, ich liebe dieses Geräusch Oh, ja Oh, Magen Oh, Magen, Magen So Magen, ja Wahrscheinlich werde ich eh wieder nicht gekickt Das ist halt voll geil Bing, bing Aha, wunderschön, Marcel Ich schwöre, ich wette, wenn wir da drin sind Macht hier einer einfach so eine Lava-Fall oder so ein Scheiß, ne? Wäre doch voll geil So, wir werden ja gleich gekickt dann Und Äh, zack Äh, zack Lass es noch anzünden Zitz, zitz noch an Zitz noch an Zitz noch an Okay Okay, nächste Folge in drei. Ich wurde gekickt, wow. Geil, ich wurde auch gekickt. Sehr gut. Okay, dann geben wir einfach Pause. Bis gleich zur nächsten Folge. Tudududu.